Musik Ja, die ganz schöne harte Gisse ist das. Aber jetzt für jede Spurrille, aber echt. Oh, jetzt haben wir die erste Tabelle dort. Also das ist sehr anstrengend, ja ohne Servo-Lenkung und so, aber macht Spaß. Aber hat ein komisches Eigenlenkverhalten, das Auto. Also wenn du das Steuerrad loslässt, dann fällt er immer nach links oder nach rechts oder alleine. Also ist schon ein bisschen schlimm. Früher hatten wir ja nicht so eine Ahnung für Autos. Und mich wundert überhaupt eins nicht, dass Jim Steen sich totgefahren hat mit so einer Stücke. Ist mir jetzt klar. Ja Kai, du bist ja der absolute Top-Manager hier. Was ihr da für die Tour zusammengestellt habt, das ist ja Wahnsinn. Aber leider das Problem ist, dass du selber dich immer verwehrst. Ja, irgendwie fehlt mir die richtige Brille, würde ich mal sagen. Ich glaube, du handelst mit dem verkehrten Hersteller. Du, guck ich mal nach einem neuen Hersteller. Ja, auf jeden Fall. Musik So, da kommt ja gleich noch mal. Die Kale ist auch immer schon extra. Die Kale ist auch immer abgebaut worden. Musik 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 Musik